Hallo Leute, wir fangen uns heute ein Smetbo. Das Pokémon fliegt hoch in der Luft, ihr könnt im Gras in die Hocke gehen und pfeifen, um es zu euch zu rufen. Ihr findet Smetbo an vier Orten, nämlich im Schlummerwald, am östlichen Milzersee, am Spiegel des Giganten und auf den Wonnewiesen. Der beste Ort zum fangen ist der Milzersee mit 75% bei den meisten Wetterlagen. Alle weiteren Infos zu den Fangorten seht ihr hier und in der Beschreibung. Bei voller Gesundheit mit einem normalen Pokéball habt ihr eine Fangrate von 11,9%. Viel Glück! Musik Musik Musik